Willkommen bei der Battle of Gladiators 5, der Nacht der Amazon mit dem Main Event, dem Hauptkampf des heutigen Abends. Maria Lindberg wird hier auf der Oferta in Karlsruhe versuchen, ihre drei Weltmeistertitel gegen Mirjana Vujic zu verteidigen. Hören wir aber zunächst ein paar Worte der Weltmeisterin. Ich habe ein gutes Gefühl, meine Vorbereitung war richtig gut dieses Mal und ich freue mich über morgen. Und ja, mein Ziel ist natürlich, meine Titel zu verteidigen und die mitnehmen zurück zum Hamburg. Was ist das für ein Gefühl, dass morgen eine Nacht der Amazon ist, nur für Frauen? Ja, das ist natürlich noch besser, weil Frauenboxen oder Frauen allgemein brauchen Unterstützung. Und für sowas kämpfe ich gerne. Man sieht immer, wie begeistert sie sind. Du bist, wenn du in den Ring darfst, man sieht das Glänzen in den Augen. Du schaffst schon richtig mit den Hufen, willst rein in den Ring. Ja, das stimmt. Also ich liebe im Ring zu sein, das ist wunderbar für mich. Natürlich freue ich mich immer, wenn es Zeit im Ring zu gehen. Training ist auch Spaß, aber Kampf ist trotzdem noch besser. Zum Kampf morgen. Wie schätzt du die Gegnerin ein? Ich weiß nicht so viel von meinen Gegnerin. Ich habe nur einen Kampf gesehen. In diesem Kampf war sie sehr, sehr aggressiv. Das finde ich richtig Spaß. Ich bin auch aggressiv im Ring, oder offensiv. Und wenn sie auch aggressiv ist, dann glaube ich, kann es ein richtig guter Kampf sein. So, ich freue mich. Die dreimalige Weltmeisterin ist noch auf dem Weg zum Ring und genießt die fantastische Stimmung hier in Karlsruhe. Sie lebt für den Ring. Und genau das will sie heute Abend wieder einmal jedem zeigen. Ihren ersten WIBF-Titel gewann die gebürtige Schwedin übrigens im Jahre 2009. Und nun heißt es gleich, Maria Lindberg gegen Mirjana Vujic um die WIBF, GBU, WIBA, Super Welterweight World Title. Und ich gebe ab an Andreas Eckerlin im Ring. Und ich gebe ab an Andreas Eckerlin im Ring. Und ich gebe ab an Andreas Eckerlin im Ring. Und ich gebe ab an Andreas Eckerlin im Ring. Ich gebe ab an Andreas Eckerlin im Ring. Und ich gebe ab an Andreas Eckerlin im Ring. Und such den Himmel, die neid mehr Grönach. Und such den Himmel, die neid mehr Grönach. Du trug nach Blut und von Floradon. Du achst dich nach Blüttel und Blüten. Du trug nach 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 Blüten. Weg frei, Grundeinser und Bohren. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Ja. 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 Ja.